So, die Vorbereitungen sind immer noch nicht überprüft, was fehlt denn hier jetzt? Achso, hier hinten ist noch einer, der mit uns, oder mit dem wir reden sollen, ne? Das heißt auch, dass dann die andere Vorbereitung, dass wir die auch noch nicht überprüft haben. Alles klar. Aber der ist ja, aber er muss ja irgendwie schon klar sein, dass wenn das dann alles mal vorbei ist, wenn diese Verderbnis ausgerottet ist, dass die ja irgendwie Koexistenz miteinander leben müssen. Also irgendwie verstehen die das noch nicht so ganz. Sache ist jetzt, naja, wir können hier zum Glück runter. Ich will das doch direkt angehen, ist ein wenig schneller. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Keiner mehr. Die Bürger wurden gewarnt. Du redest von Befehlen. Ich rede von Leben. Dazu sind die Befehle da. Er muss dafür bezahlen. Guten Tag, Bürger. Immer konzentriert, immer wachsam. Das ist meine Meinung. Okay, aber wo ist jetzt hier... Mit wem sollen wir denn hier noch reden? Ich prüfe die Vorbereitungen am Berg. Muss ich mit wem hier reden? Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad. Nicht wie ein Ringlein. Versteh mich nicht falsch. Du bist gut gebaut. Flirten alle Oseram im unpassenden Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin. Ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich zuerst, das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Okay, das heißt, wir haben jetzt beide aufgesucht. Die Oseram-Kanone muss ich jetzt nicht zwingend testen. Aber hier unten gibt es Heilpflanzen. Die nehmen wir definitiv noch mit. Wenn es jetzt nur gerade ein paar sind und auch nur 7% Gesundheit geben, was ja total lächerlich ist. So, das heißt, Was uns jetzt noch bleibt, ist zu rasten, bevor die große Schlacht anstellt. Okay, wir können hier einfach durchlaufen. Wo genau soll das jetzt sein? Das ist hier drin. Ach, hier ist es. Ne, ich glaube groß was zum ledigen gibt's jetzt gar nicht mehr. Oh. Wenn ich da gucke. Wenn ich jetzt hier sprengen kann. Das brauche ich nicht. Das ist das Paket. Oh, Draht. Aber hier. Drähte. Was mehr Draht würde definitiv gut tun. Oh ja, das ist gut. Okay, sehr schön. Eine brauchen wir nicht. Oh, gut zu wissen, dass wir auf jeden Fall da auch was im Rucksack haben. Oh, ich habe noch jede Menge davon. Okay, gut. Wir brauchen uns keine Sorgen, um die Ressourcen zu machen. Gut. Ruhe dich vor dem Kampf aus. Kein Weg zurück. Triff weitere Vorbereitungen. Ja, es gibt keinen Weg zurück. Wir gehen es jetzt an. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Er hat ja auch den Fokus gar nicht auf. Wie soll er sie dann hören? Das Blitz der Vernichtung. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Das ist ein Lagerfeuer. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne. Tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Helis! Nein! Versammel die Garde und schick Verstärkung! Eloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen! Er wird dich erledigen! Nicht dieses Mal! Nein, dieses Mal leider irgendwie nicht mehr. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Okay. Verdammt. Das war schnell. Wann gerade mal zwei Treffer, oder? Die Sonne kann ich jetzt nicht zu. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Das Ende ist unausweichlich. Okay, wie es aussieht, brauchen wir diese... Wie es aussieht, brauchen wir diese Rassler, aber lohne... Okay, bevor wir jetzt also hier... Der Bogen... Wobei der Seilwerfer ist jetzt gerade... Der Seilwerfer ist gerade alles andere als hilfreich. Kriegen wir mal... Ladien... Ja, aus... Ja, aus... Ja... Verdammt... Verdammt... So... Einer ist jetzt schon mal erledigt, das ist gut. Auf dich wartet nur... Nacht... Das muss ich mal... Das muss ich mal... Ja... Woher kommen die denn jetzt her... Das Ende ist unausweichlich... Ja... So, diesmal sieht's schon besser aus. Jetzt haben wir einen Großteil von denen erledigt. Akzeptiere es! Akzeptiere deine Schwäche! So... Haben wir keine Munition mehr? Oh, zum Glück haben wir jede Menge Lohe, das ist gut. Boah! Was hat der denn für ne Waffe? Verdammt! Oh ja, hier! Sehr gut! Nein, 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 nein! Komm hierher! Wie viel hält der Typ denn aus? Alter! Ja, komm schon! Wer bist du vor dem Schrecken der Sonne? Die, die dich vernichten wird! Ich bin auserwählt! Du kamst aus dem Nichts! Wieviel hält der Typ denn aus? Und als Nichts wirst du sterben! Na endlich! Ich bin der Auserwählte! So sollte es nicht sein! So sollte es nicht sein! Dein blinder Gehorsam! Deine vielen Morde! Und wofür? Um auf Knien zu sterben? Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst? Du... hast... Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne! Oh, der hat was Lilanes fallen! Was hat der denn so Schönes dabei? Naja, nichts wirklich Außergewöhnliches leider! So ein starker Gegner dann so ein schwacher Loot! Unfassbar! Fast schon wie so ein Rip-Off! So... Gibt es hier noch was zum Einsammeln? Ja, die plündern wir noch alle! Dann müsste ich was anderes rauswerfen! Ja, ne, das machen wir nicht! Lassen wir schön bleiben! So... Frage ist jetzt, wo muss ich jetzt als nächstes hin? ... 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 Vermutlich benutzen wir diese Tränke nicht so häufig, wie wir es eigentlich sollten. Deswegen finden wir auch so viele davon. Deswegen finden wir auch so viele davon. ... ... ... ... ... So, ich kann nicht... ... 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 schon an okay das heißt ich muss sie aufladen und da dieser richtig mächtig boah die ist mega mächtig die waffe heilige heilige scheiße da wurde wohl jemand überrascht er hört mich an du musst jetzt erstmal da schön bleiben ja meine rüstung ist wieder aufgeladen keine sorge oh fuck da ist ja doch einer hier unten jetzt nicht mehr los komm light auf light auf light auf ja komm so gucken wir mal ob wir von hier mehr ausrichten können nein 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 los oh fuck 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 verdammt was macht ihr hier boah scheiße 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 und ich bin tot verdammt verdammt ich hab nicht gesehen dass die da noch da waren die anderen gegner war zu sehr auf den einen fokussiert ich hab nicht gesehen wie wir überrannt worden sind verdammt ach ne jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen ach ne jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen so sehr gut der ist jetzt erledigt das heißt wir können die waffe erstmal da lassen was haben wir hier gesundheit das ist gut das hier müsste auch gesundheit sein genau das auch 30% sehr gut so wo gibt es jetzt noch mehr maschine ne so dann gehen wir mal gleich hier rüber schnappen uns aber noch die gesundheit so na gucken diesmal schaffen wir es aber besser ja komm jetzt schnell nachsetzen ich will nicht hier bleiben jetzt gut genau so der ist erledigt aber ich hab auch was abbekommen wo sind jetzt gegner wo sind gegner wo sind gegner so die haben wir jetzt alle ach da kommen noch mehr ok ja das ist gar nicht so einfach weil hier von überall was kommt so der ist auch erledigt der todbringer ist nur noch da den machen wir jetzt als nächstes fertig kommen er greift an nicht weg hier ja aber er hat schon einiges eingesteckt und er ist gleich erledigt komm ja er senkt die waffen er ist gut zum glück gibt es hier so viele heilkräuter ja ey die sind respawned kann das sein die habe ich doch vorhin eingesammelt was haben wir hier das ist ein genesungsdrank den belassen wir jetzt erstmal dabei Alter wie viele kommen denn von denen so der ist jetzt alle oh scheiße ja die greifen die greifen wir alle an wo ist der der ist da oben war das ne das war zu flach ja das ist schon er ja wie soll ich denn die vögel hier mit abschießen ok das geht doch einigermaßen ganz gut so der vogel ist erledigt hier unten ist noch ein vogel der ist auch erledigt der ist erledigt jetzt noch der todbringer komm er greift mich an alles greift mich an bei der sonne alle schatten senkt sich auf uns hm oh ne jetzt kommen die auch noch verdammt oh das war gut das war gut das war auch gut oh ja das ist gut sehr gut der ist jetzt auch gleich erledigt so der ist erledigt der ist erledigt der ist erledigt wer fehlt jetzt noch der todbringer da hinten genau oh ne oh verdammt der ist heftig der ist heftig verdammt 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 los komm komm nimm scheiße nein 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 ok 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 wie es aussieht brauchen wir definitiv den Seilwerfer dafür waffen 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 hab ich den ausgerüstet ja ich hab den ausgerüstet nein 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 komm 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 wo ist der vogel da oben jaaa komm wie viel hatten der noch übrig eigentlich endlich endlich so und jetzt noch der hier hinten ne 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 warte 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 Ich brauche den Heiltrank. Wir müssen uns wieder heilen. So, sehr gut. Boah. Boah. Eloy. 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 Tab. Bei der Urmutter du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen sind sie... Nein. Nein. Zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm dieses... Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab. Ich... muss gehen. Alter Falter. Ich hab nur noch 5 Gesundheit. Okay. Ich glaube, hier benutze ich so einen... Gymnasiumstrank, weil der heilt uns vollständig. Das macht mehr Sinn. Wir müssen alles einsammeln, was wir kriegen können. Ich seh ja überhaupt nichts mehr hier. Ich seh ja überhaupt nichts mehr hier. Boah. Alter. Boah. 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 Aber hier gibt es wenigstens Heilpflanzer. Das ist gut. Oh, hier ist was blaues, das sammeln wir doch auch ein. Was ist denn jetzt hier noch? Maschinenkern groß, ein großer Maschinenkern, komm den sammeln wir noch ein. Was haben wir denn hier Rohstoffe, bbbbb, maschinenkern klein. Jede Menge dieser Linsen die wir vermutlich nicht mehr brauchen. Echo Hülsen, 200 ja komm. Kleinen wir mal eine von diesen Echo Hülsen. Und dafür nehmen wir den Maschinenkern mit. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Gehen wir weiter. Ja, jede, wirklich jede erdenkliche Hilfe brauchen wir. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist schon leicht? Oh, hier unten, ne? Okay. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hierbleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Ich sollte meine Vorräte auffüllen. Letzte Chance. Okay. Wir sind geheilt. Jetzt ist gerade die Frage, stellen wir erstmal jede Menge Munition her? Alles, was wir können. Ähm, ja, brauche ich jetzt nicht mit einem Pfeil, aber hier auf jeden Fall. So, und dann sammeln wir noch die restlichen Sachen ein, die wir vermutlich nicht mehr einsammeln konnten. Genau. Ja, mehr können wir jetzt auch nicht machen, außer uns Hades entgegenzustellen. Zusammen mit unseren Verbündeten. Das ist der richtige Weg hier? Nee, oder? Warte mal, das kann nicht der richtige Weg sein, oder? Da ist der richtige Weg. Genau, hier hoch und hoch und... Okay, das heißt, wenn wir hier runterfallen, geht es los. Also, auf in den Kampf. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Oh, ein Todbringer. Sehr schön. Ist das ein Todbringer? Kann ich den eigentlich mit den Seilen festmachen? Nee. Okay, also die Seile funktionieren nicht. Das heißt, wir gehen mal ins Inventar und die Seile entfernen wir. Das macht dann absolut gar keinen Sinn, ne? Ich brauche den Zersprenger-Pfeil. Zersprenger-Pfeil hier. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Oh, 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 oh. Was ist das? Okay, wie es aussieht, bringt das nicht zu viel. Schwäche, Feuer und Elektrizität, okay. Oh, verdammt. Okay, er ist... Ich kann das auch schaffen. Irgendwie. Ich sehe gerade, ich sehe jetzt erst, wir haben Zeitlimit. Oh, oh. 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 Fuck, 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 fuck. Ah! Einheit priorisieren. Ach, da sind ja noch mehr Gegner, verdammt. Ah, das passt doch nicht länger auf. Ach, da sind ja noch mehr Gegner. Okay, da sind ja noch mehr Gegner. Okay, Highland, 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 komm schon. Ach, da sind ja noch mehr Gegner. Konzentriert euch auf die neuen Maschinen. Ich hab nur noch 5 Minuten, verdammt. Und ich bin tot. Verdammt. Ich frag mich jetzt, ob ich wirklich alles komplett wieder von vorne machen muss. Aber sehr wahrscheinlich, ja. Ne, doch nicht. Ich bin bei 6 Minuten. Ich bin bei 6 Minuten. Ich bin bei 6 Minuten. Ich bin bei 7 Minuten. Der hier ist hartnäckig. Ihr habt es gehört. Ah, bum 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 bum. Los, 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 Aloy, weg hier, weg hier, weg hier. Ich krieg hier ganz schnell was ab. Hilf Aloy. Okay, wir müssen definitiv hier nochmal hin und... Diese Stolperfalle, die muss weg. Und stattdessen der Seilwerfer, weil... Den brauchen wir jetzt gerade eben. Und geschossen? Ah! Ah! Oh! Ah! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Alter, wie viel hält der denn aus? So, nur noch 3 Minuten Na endlich! So, vernichte Hades mit der Masterüberbrückung, nichts lieber als das! Systembedrohung, bevorstehend Ich bin mehr als eine Bedrohung Ah! 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 Ja! Ja! Datenintegrität wiederhergestellt. Gaia-Protokoll. Und Solaranlage an, da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage. Wie alt warst du? Sechs. Meine Mutter war zu Hause, zu Unglück. Also rief sie die Feuerwehr. Und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage. Was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage. Was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elisabeth, es bringt nichts klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter. Aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elisabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erst mal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elisabeth. Danke. Dann bis morgen. Musik Die war's erst mal. wo ist das der abspann oder bereits ein ausblick auf das was uns eventuell noch vor steht und da ist es gerade nicht und doch einfach nur der abspann sein ja soviel zu horizon zero dawn new game plus ultraschwer also ich muss ehrlich geschehen sagen es gab die eine oder andere passage die ein bisschen schwieriger war aber jetzt so schwer dass sie jetzt nicht meisterbar war war es nicht ich meine ich glaube irgendwie nur gegen ende gab es ja ein zwei passagen zwei passagen wo wir auf dem berg hinauf geklettert sind und diese feinde da töten mussten jetzt gerade eben der endboss wo wir ja paar mal gestorben sind aber selbst das war ja dann beim zweiten oder dritten anlauf dann machbar generell kann man eigentlich sagen dass es hier und da so spots gegeben hat wo man sich ganz gut verstecken konnte um dann die gegner sozusagen von dort aus zu bearbeiten war eigentlich auch ganz gut und ja was jetzt noch bleibt ist frozen wilds das kenne ich selbst auch noch gar nicht das habe ich damals nicht also als ich das spiel gespielt habe gab es das damals nicht und dann später als es die frozen wilds veröffentlicht worden habe ich mir das nicht gekauft jetzt durch aber playstation plus wurde diese complete edition dann irgendwie aufgenommen in die playstation katalog dadurch habe ich das halt jetzt und werde das jetzt entsprechend nachholen das werde ich dann ebenfalls aufzeichnen allerdings werde ich da glaube ich dann nur die quests zeigen weil ich glaube jetzt irgendwie groß den anderen rest weiß ich jetzt nicht unbedingt dann irgendwie von interesse ist wenn ich da jetzt irgendwie banditenlager ausschalte oder auf so einen langhals klettere ich weiß es nicht aber gut es gibt nur einen langhals das heißt das wäre jetzt eh wurscht aber wird ja nämlich mal ein einiges an sammelaufgaben eben jetzt nicht zwingend ja zwingend zeigt werden müssen aber sollten aber die nebenquests würde ich denke ich dann schon zeigen allerdings muss ich auch sagen ich werde nicht auf ultra schwer frozen wilds spielen da das ganze wie ich finde das so ein bisschen in die ich will jetzt nicht sagen in die länge gezogen hat da wäre doch relativ gut durchgekommen sind aber die ganzen kämpfe zum teil sind einfach nur länger und schwieriger gewesen als es ja hätte sein müssen und aus diesem grund werde ich glaube ich den schwierigkeitsgrad dann auch leicht oder so stellen damit die kämpfe relativ zügig vorbei sind und generell das ganze dann halt leichter und schneller gezeigt werden kann also der inhalt der eigentliche inhalt und genau soviel dann erst mal die stelle von soviel dann hết Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........